360 Football hier mit einem neuen Video zum Thema Jonglieren und zwar wie man von Grund auf lernt sauber zu jonglieren. Also wenn du schon auf 1000 jonglieren kannst, dann schaust du jetzt lieber ein anderes Video von uns. Für alle anderen, die das Jonglieren lernen wollen, hört jetzt genau zu. Jonglieren hilft allgemein eine bessere Technik zu bekommen, aber natürlich ist es nur ein Teil vom Ganzen. Aber wir möchten schon jonglieren können, um den Ball auch gut in der Luft kontrollieren zu können. Wie lernen wir nun Jonglieren von Grund auf? Der erste Schritt zeigen wir gleich. Eine gute erste Übung, um ein bisschen das Ballgefühl fürs Jonglieren zu bekommen, ist folgende. Immer einmal am Boden, dann ein Kontakt, wieder an dem Boden ein Kontakt. Und da lernt man auch den Ball schön gerade nach oben zu spielen. Oder das ist zumindest das Ziel. So, da dranbleiben, dass man das in Ruhe kann und nicht in den Stress kommt. Dann wäre schon mal ein erster Schritt getan. Dann, was auch noch wichtig zu beachten ist, es gibt verschiedene Jongliertechniken. Jetzt gerade für die Kinder, da spielt es jetzt meiner Meinung nach nicht so eine Rolle. Man kann vorne mehr mit den Zehenspitzen jonglieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Und so ein bisschen die kontrolliertere Variante oder dann mit dem Vollspann. Das hilft noch ein bisschen mehr für die allgemeine Technik, da man hier noch mehr Spannung im Fuß aufbauen muss. Und hier den Fuß mehr durchstrecken muss. Das hilft dann allgemein auch für alle Techniken mit dem Vollspann. Aber wie gesagt, ja, für die Kinder, beide Varianten sind in Ordnung und beide können geübt werden. Dann als Steigerung zwei Kontakte versuchen. Einmal an den Boden, zwei Kontakte, gerade nach oben spielen wiederum und so dranbleiben. Man kann auch zuerst mehr mit dem Starken machen und dann mit der Zeit versuchen abzuwächsen. Das wäre mal eine erste Übung. Hier kann man dann weiter steigern mit drei Kontakten, vier Kontakten und so weiter und dann jeweils einmal an den Boden lassen. Und eine andere Übung ist direkt aus den Händen. Hier ein Kontakt, dann zwei Kontakte versuchen mit dem Starken. Dann zwei Kontakte, so abwechslungsweise. Und dann das Ganze auch steigern, zum Beispiel eins, zwei, drei. Okay, wenn ich das schaffe, dann versuche ich mal vier. Eins, zwei, drei, vier. Und bleib so dran und kann dann steigern. Und so weiter. Hier kann man nach oben natürlich unendlich gehen. Dann natürlich kann man den Ball auch vom Boden raufnehmen und so das Ganze steigern, wenn das andere schon einfach ist. Gut, wie steigen wir jetzt das Ganze? Also die ersten zwei Übungen, sage ich mal, haben wir euch ja schon gezeigt. Dort zuerst mal steigern. Und dann kann man beispielsweise sich als Ziel setzen, zehnmal mit einem starken Fuss jonglieren zu können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Beispielsweise oder dann auch zehnmal, also abwechslungsweise. Eins, zwei, besser auch vom Boden direkt aufnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das wäre mal ein erstes Ziel. Das zweite Ziel wäre dann, abwechslungsweise mit beiden Füßen 30 zu schaffen und dann immer dranbleiben und zu steigern. Zusätzlich zeigen wir auch noch ein paar schwierigere Varianten, wenn das einfache Jonglieren schon gut klappt. Wenn ihr jetzt beispielsweise schon 100 abwechslungsweise schafft, dann könnt ihr ein bisschen schwierigere Übungen machen, die euch auch mehr herausfordern und davon zeigen wir einmal ein paar relativ simple für den Anfang. Die erste, beispielsweise zweimal rechts, zweimal links, Fuss in der Luft halten. Das wäre mal eine erste Variante der Steigerung oder dann auch Oberschenkel mit dazunehmen. Beispielsweise dreimal mit dem Fuss, einmal Oberschenkel. Zwei Varianten. Da gibt es natürlich noch ganz viele, die werden vielleicht auch mal in anderen Videos kommen. Auch mit all diesen Tipps geht es natürlich darum, auch effektiv viel zu jonglieren. Beispielsweise sich jeden Tag vorzunehmen, 15 Minuten zu jonglieren oder jeden zweiten Tag 20 bis 30 Minuten zu jonglieren. Und dann mit der Zeit, mit der Übung kommt das Ganze dann auch. Es ist also auch eine Fleißsache und man kann da auch probieren, den Rekord natürlich immer weiter auszubauen. Gerade für die Kinder ist es ja sehr interessant, wenn sie den Rekord wissen. Ja gut, ich habe vor einer Woche 10 geschafft, dann möchte ich nächste Woche 12 schaffen, dann 14, 16. Da kann ich mich selber sogar noch daran erinnern, wie ich diesen Rekord immer weiter nach oben bringen wollte. Und so geht das Ganze auch ein bisschen spielerisch, aber natürlich, ja, man muss dranbleiben. Das war es mit den Tipps zum Jonglieren lernen und ja, für euch, wenn ihr bei uns ins Personal Training kommen möchtet, unten in der Videobeschreibung seht ihr die Links dazu. Ansonsten abonnieren, liken und auch unbedingt kommentieren, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht wählen wir dann dieses Thema. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.